So, was haben wir denn in Kantenfaktor? Äh, weiß nicht, waren auch längere Zeit nicht mehr drin. Das sind nicht die, die wir letztens hatten oder so, das sind andere Skins. Das kann ein bisschen, ja, kann, ich weiß nicht, ein bisschen verwirrend sein. Da gibt es noch welche, die so aussehen. Ja, wir müssen ja so machen. Stimmt, schweigen. So, ist die so senkrecht? So schief. Sieht so schief aus. Auch selber, kid. Glitzerstreifen. Moment, hat sie nicht. Die ist reaktiv oder was? Hat die Stile. Ne, warum sind die denn so? Sind die alle so gezeigt? Hey, ich weiß nicht, ist so ungewohnt. Hacke der Entspannung, weiß ich gar nicht, war auch längere Zeit nicht mehr drin. Das ist so, dass es so ist. Tüft, tüft. Weiß nicht, brauche ich nicht unbedingt zu zeigen. Tick und Tick noch drin. Ähm, Resident Evil Skins. Leary James, Robocop. Ariana Grande. Ja, hier, genau hier, das sind die doch. Neon Team. Das sieht ein bisschen aus, dieses Kantenpaket. Das, da kann man ein bisschen Verwechslung haben. Vielleicht, ja. Äh, was ist denn eigentlich? Ich verstehe das nicht. Musik, dreh die Musik auf, was immer noch kommen. Das ist nicht.